Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement gerade präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Quest Achievement und zwar heißt das Flotte Biene und für dieses müssen wir Hummelbummel im Sturmsangental mit der Zuckerformel füttern und zwar das insgesamt sieben Mal. Ihr seht hier so einen Fortschritt und dafür gibt es dann sogar ein schickes Pad und zwar Hummelbummel und ja ich würde sagen wir gucken uns mal an wie das funktioniert. Und zwar braucht ihr als allererstes die Daily Quest und zwar befindet sich die, wenn wir jetzt auch mal auf der Karte gucken, bei den Koordinaten 68, 65, die müsst ihr aber erst freischalten. Das werde ich euch aber am Ende zeigen. Ich werde euch erstmal zeigen wie die Daily Quest funktioniert bzw. wie wir das Achievement dann abschließen und am Ende zeige ich euch wie ihr zu Daily Quest kommt. Für die Daily müssen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen Zeug einsammeln und dafür pullen wir jetzt auf diesem Hof hier quasi diese ganzen Honigdinger zusammen, denn die werden wir jetzt gleich wegkleven. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal ein bisschen Honig, dass wir unsere kleine Hummel gleich füttern können und müssen ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu weit lauft, weil sonst resettet euch der ganze Scheiß und dann ist es immer ein bisschen nervig. So, ich glaube wir brauchen insgesamt acht Stück. Da haben wir den letzten wunderbar und dann gehen wir einmal hier unten rein. So, dann klicken wir hier auf die Flasche drauf und mit der Flasche können wir dann wiederum einmal unsere Hummel füttern und wenn wir die Hummel gefüttert haben, können wir die Quest abgeben. Und wir kriegen unser Achievement, haben quasi siebenmal diese Daily Quest abgeschlossen und müssten auch ein Pad bekommen haben und zwar Hummelbummel und das werden wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Äh, wo haben wir sie denn? Hummelbummel, ah, aber hier habe ich, Moment, ah nee, das habe ich in der Post, Moment, das habe ich in der Post. Einmal hier meine Standpfeife rausgeholt und dann müssten wir hier, ah, da haben wir das Pad. Seht ihr das? Per Post haben wir es zugeschickt bekommen. Lernen wir es einmal und dann können wir unsere Hummel mal angucken. Und zwar, die sieht aber schöner aus. Das ist ja eine schwarze Hummel. Öh, die, also die ist anscheinend eine, die ich gefangen habe und das hier ist Hummelbummel, eine komplett schwarze Hummel, warum auch immer die komplett schwarz ist. Ja, hm, ne, ist eine Gothic-Hummel. Naja, besser als nichts. So, jetzt erstmal dazu, wie ihr diese, ja, Daily Quest bekommt. Ihr müsst erstmal diese Viecher hier umhauen. Die wir auch vorhin gerade für die Daily umgehauen haben. Und dann bekommt ihr irgendwann, wenn ihr ein bisschen Glück habt, dieses ausgehärtete Honig-Amulett, das ich hier bekommen habe. Ich habe etwa 100, 150 Tries gebraucht. Und dieses müsst ihr zu einem bestimmten NPC hier in Boralus bringen. Und zwar ist das die Rosaline. Die haben wir nämlich hier oben stehen. Und wenn ihr das Amulett in der Tasche habt, dann könnt ihr quasi sie anquatschen und habt dann einen relativ langen Dialog. Macht vielleicht euch ein Makro mit Slash, also Schrägstrich Tar oder Target, je nachdem. Oder macht besser Tar und dann Rosa und lauft durch Boralus und spammt das so ein bisschen. Bei mir war sie hier oben. Habt ihr ja vorhin gerade auf der Karte gesehen. Vielleicht spult ihr auch nochmal zurück. Dann seht ihr es dann nochmal ein bisschen besser. War sie bei mir in dem Gebäude. Auf VW Head wird beschrieben, dass sie teilweise auch ein bisschen rumläuft. Und dass sie auch woanders sein kann. Deswegen müsst ihr selber auch ein bisschen gucken, dass ihr sie hier in Boralus findet. Wenn ihr sie gefunden habt, den Dialog durchgedrückt habt, dann ist es so, dass ihr euch den Brief gebt. Und mit diesem Brief müsst ihr hier wieder zurück zu dem Jungen, wo wir vorher schon waren. Und dem könnt ihr den Brief abgeben. Und ja, sobald ihr den Brief hier habt und ihn abgeben wollt, dann kommt wieder so ein Dialogfenster. Ihr gebt ihn ab und dann kriegt ihr eine Quest. Und jetzt seid ihr schon relativ weit mit der ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir hier ein, zwei Quests machen und können danach quasi die Dailies bekommen. Das Schwierigste oder das Langwierigste ist quasi erstmal dieses Amulett von diesen Mobs hier zu bekommen. Das sind also diese Blubs und Elementare, die hier rumlaufen. Wie gesagt, bei mir waren es 100, 150 Tries, wo ich die hier umgeboxt habe. Hab da so ein Addon für, dass das mit getrackt hat. Und das ist schon ein bisschen langwierig. Wir müssen nämlich jetzt dieses Gefäß aus dieser Höhle besorgen. Und zwar ist das hier oben, das habt ihr ja in der Daily vorhin schon gesehen, das wir nämlich auf die Hummel anwenden müssen. Und jetzt haben wir einmal das Gefäß eingetütet. Und mit dem Gefäß müssen wir jetzt quasi in diesen Keller zurücklaufen, wo wir den hier vorher auch schon gesehen habt, bei der Daily Quest. So eine kleine Info am Rande. Die Daily Quest, wie der Name schon sagt, könnt ihr einmal täglich machen. Also quasi braucht ihr sieben Tage, bis ihr durch seid. Und ja, dann könnt ihr dieses Achievement quasi euer eigen nennen. Ihr könnt es natürlich auch, so wie es ich gemacht habe, alle paar Tage mal machen, weil ich es immer vergessen habe. Genau, jetzt gibt es ab. Und ihr seht, jetzt kriegt ihr die Daily. Und ja, wie gesagt, sieben Tage hintereinander machen. Und ihr habt euer Achievement plus Pet. Und ja, habt dann quasi die mehr oder minder hübsche Hummel. Gut, das war es mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.